Hallo! Willkommen zu einem Let's Play Titanfall 2. Ja, ähm... Wir ziehen's durch, wir machen... Okay, ich hab noch einen Spiel. Durch all meine Schlachten im Grenzland hab ich eines gelernt. Der Pilot ist das Alphatier. Schnell und agil. Elegant und doch tödlich. Scharfsinnig. Listig. Und unaufhaltsam. Ein Pilot sieht die Welt mit anderen Augen. Bloße Wände werden zu alternativen Wegen. Piloten kämpfen anders. Durch ihre Erfahrung mit Täuschungsmanövern gelingt es ihnen, allen Widrigkeiten zu trotzen. Was einen Piloten aber tatsächlich von allen anderen Soldaten und Maschinen auf dem Schlachtfeld abhebt, ist die Verbindung mit seinem Titan. Zusammen mit seinem Titan kann er nur von einer Übermacht bezwungen werden. Oder von seinesgleichen. Das Grenzland war seit jeher meine Heimat. Seit Jahren wird es schon von der IMC zerstört. Sie beuten Ressourcen aus. Verschmutzen und zerstören unseren Planeten und schlagen jeden Widerstand gewaltsam nieder. Trotz der jüngsten Erfolge auf Demeter sind wir noch weit davon entfernt, die IMC endgültig zu besiegen. Noch bin ich ein Schütze der Miliz, die für die Befreiung des Grenzlandes kämpft. Und weit davon entfernt ein Pilot zu wären. Wenn dieser Tag kommt, hoffe ich, mich als würdig zu erweisen. Ich hasse, dass mitten in der Aufnahme passiert, dass dieser blöde Akku von diesem blöden Controller leer geht. Und, ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, Titanfall, wir haben nur noch 8 Minuten. Denn, ja, ich hab 12 Minuten pro Folge. Es geht los, Pilot Cooper. Ja, danke. Ach, scheiße. Das Schiff hat die Simulationskapsel zurückgesetzt. Wir müssen sie neu kalibrieren. Jetzt mal, rede nicht. Boah. Also, Titanfall ist das Spiel mit Geschießen. Also, ja. Ähm, Lichter, okay, gut. Hallo, hallo. Ne, fühlt sich nicht. Okay, wir können loslegen. Mal sehen, wie viel sie vom letzten Mal noch wissen. Aktiviere noch gar nichts. Nicht dasselbe wie eine Titanverbindung, aber ähnlich. Um neue Fähigkeiten zu lernen, müssen wir geistlich fit sein. Klar. Ah, viel besser. Eigentlich bin ich gar nicht für ihre Ausbildung verantwortlich, aber sie haben Potenzial. Außerdem sind wir im Krieg. Wer hat da schon Zeit für Hierarchien, hm? Sehr gut. Einfach drüber springen. Ach, wirklich. Legen wir uns dran zu. Aktiviere Jumpkit-Unterstützung. Jumpkits basieren auf dem Prinzip der entspannten Stabilität. Nach der Kalibrierung des Jumpkits geht ihnen die erweiterte Mobilität in Fleisch und Blut über. Ja, ist schön. Heute hatten wir schon ein schönes Spiel. Wunderschön, oder? Ja, danke. Das habe ich gerade gesagt. Inspiration dafür war mein Heimatplanet Harmony. Ah, ja. Hier bin ich aufgewachsen. Ein bisschen weiß ich noch. Ein bisschen weiß ich noch. Ein bisschen weiß ich noch. Ein bisschen. Ich habe das Spiel lange nicht mehr gespielt. Seit der Schlacht von Demeter haben wir mehr als ein Viertel des Grenzlandes zurückerobert. Die Miliz ist jetzt viel besser organisiert. Täglich schließen sich mehr Menschen dem Kampf gegen die IMC an. Menschen wie sie. Kannst du bitte kommen? Danke. Früher waren wir die Gejagten. Heute sind wir die Jäger. Ja, du bist ja Jäger. Ist mir egal. Im Kampf läuft es nie so ab wie erwartet. Wir müssen bereit sein jede Waffe einzusetzen die sie finden. Das sind nur einige der Waffen die mir da draußen untergekommen sind. Warum habe ich keine Munition? Ja, danke. Jetzt will ich kicken. Ich möchte alles abballern. Waffe laden. Ja, okay. Hier. So. Glücklich. Das war's. Ja. Das finde ich's geil. Ähm. Ja, das ist mein erstes Video, by the way. Mein vorheriges Video funktioniert ja nicht. Alter, ist das laut. Sie haben zwei Minuten Zeit. Da muss ich ja fast brüllen, damit ihr mich versteht. Hallo. Versteht ihr mich noch? Hallo. Okay, gut. Ähm. Jetzt mal ernsthaft. Okay, gut. Wir sollen Parkour machen. Piloten müssen im Kampf einen perfekten Nippelweg aus Schnelligkeit und Treffsicherheit finden. Was ist ein Nippelweg? Beim Parkour arbeiten wir an diesen Fähigkeiten bis sie ihnen in Fleisch und Glut übergehen. Okay. Erklärt mir das bitte. Schreibt es in die Kommentare. Was ist ein Nippelweg? Verstehe. Scheiße. Eins. Moll. Oh, Leute. Da ist ein Helm. Aua. Oh. Helm. 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 Ja, danke. Oh. Nicht schlecht. Anzeige an der Wand? Das war eine neue Bestzeit. Alle haben so ihre Stärken und Schwächen. Also spielen sie das Ganze ein paar Mal mit unterschiedlichen Waffen durch. Auf der Anzeige finden sie Tipps, wie sie sich verbessern können. Nee. Okay. Ich denke, sie sind bereit für eine echte Herausforderung. Ein Rennen gegen andere Pilotengeister. Nein. Ich muss sie allerdings warnen. Diese Geister sind die besten Piloten der SRF. Wenn sie sie nicht bekommen, sind sie auf dem besten Weg ein echter Pilot zu werden. Okay. Bleiben sie im Parkour so lange sie wollen. Wenn sie fertig sind, habe ich was besonderes für sie. Ja, bitte. Das besondere jetzt. Sofort. Sind sie fertig? Ja, bin ich. Ich bin bereit für den nächsten Schritt. Ja, das wollte ich sagen. Ja. Das wird ihnen gefallen. Es wird Zeit, dass sie die andere Hälfte des Piloten-Daseins kennenlernen. Den Titan. Verdern wir einen an. Den Titan. Ich dachte, das dürfen nur Piloten. Das ist nur eine Simulationsschütze. Nicht die Wirklichkeit. Gib mir mein Titan. Aber zuerst brauchen wir uns noch mehr Platz. Das ist ein Titan. Nein. Das ist mein Partner, BT. Vanguard-Klasse. Militärtechnologie-Marke Eigenbau. Das erste Titan-Chassis, das wir selbst entworfen haben. Das wir nicht von der IMC stehlen mussten. Nur zu, Schütze. Das muss mich interessieren. Okay. Da oben am Himmel. Da ist er. Gib mir bitte jetzt den Titan. Los. Nein. Warum? Okay, Schütze. Klingt als wäre die Kacke am Dampfen. Ich hole sie jetzt raus. Deaktiviere alle entbehrlichen Systeme. Cooper. Machen Sie schon. Ganz ruhig, Cole. Er kommt gerade aus der VR. Er braucht eine Minute für die Kompression. Der wird schon. Glaub mir. Ein Zeit. Alle Mann auf Gefechtsstation. Das ist keine Übung. Aufpassen. Die töten uns. Das ist bisschen blöd. Jedenfalls versuchen sie's. Das war gute Arbeit. Irgendwann haben sie den Dreh raus. Wir machen einen Piloten aus ihnen, Schütze. Aber nicht heute. Irgendwann. Lass die Moser. Anderson. Rieke. Wir sehen uns heute einen neuen Planeten an. Vielleicht sterben wir sogar darauf. Ich will nicht sterben. Wir sehen uns dann unten, Schütze. Viel Glück. Daumen nach oben, Leute. Arsch hoch, Cooper. Wir treffen uns am Landungsschiff. Arsch. Danke. Wir haben nur noch zwei Minuten, Junge. Äh. Wir wollen. Schwierig. Alles klar. Junge, noch zwei Minuten. Was ist das für eine Aufnahme? Die Aufnahme bestand darin, bisschen den Prolog zu sehen. Und dann war's das auch. Das ist ja super. Ich weiß gar nicht, hat überhaupt mein Controller das noch aufgenommen? Weil ich, äh, also ob mein, äh, ob das überhaupt noch aufgenommen wird? Weil ich, äh, ja, mein Controller war alle. Das ist Banane. Wie Spawn Entertainment presents... Titanfall 2! Mh, 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 mh. Oh, Scheiße. Oh, Gott. Oh, Scheiße. Aha. Lass mich raus, bitte. Ich muss abmoderieren. Lass mich raus. Scheiße. Oh, mein Gott, was ist passiert? Kannst du jetzt bitte diese Tür öffnen? Danke. Oh, Gott, da sind ja schon Menschen. Das sind gar nichts. Okay, also, und an dem Geschuss von allem, sage ich jetzt mal, tschüss, viel Spaß, und in den folgenden Videos, die Kumpel werden. Danke. Oh, Gott. Oh, jetzt. Scheiße. Also, vielen Dank, die Schüche. Äh, ich muss auch mal belehren. Äh, und wir sehen uns, wenn wir jetzt die Folge von den Typen dahinten fassen. Bis dann. Und... Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.